Licht aus! Spot an! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki, heute aus dem Lumen in Wiesbaden. Zu Gast bei uns heute die Morning Pines. Die Morning Pines. Guck mal, da sind sie hier. Die beiden. Der Tobi. Und der Konstantin. Das sind die Unterteile von Morning Pines. Die Köpfe hätte ich jetzt fast gesagt. Sagt man das doch euch nicht? Die genialen Köpfe. Die zwei genialen Köpfe. Bist du euch im Chef? Nee, wir sind da sehr, sehr, sehr. Also so flammere Geils sind immer die Sänger. Ja, das ist richtig. Aber flache Hierarchien. Sehr flache Hierarchien. Und die Witze sind auch ganz flach. Die Witze sind meistens auch flach. Auf der Bühne. Heute fehlt natürlich einer noch oder zwei, beziehungsweise der Max und der Michael. Wobei ich ja immer gesagt kriege, ich bin der Aufpasser. Du bist der Aufpasser von mir. Du bist der Aufpasser? Ja. Weil du so ein breites Häuser hast. Nee, das ist wie mit dem Einäugigen unter dem Wind. Der Tobi ist einigermaßen vernünftig. Obwohl Bruce Lee war ja auch nicht so ein Hühner. Vielleicht kann er ja Kampfkunst oder sowas. Nee, glaub ich nicht. Nee, ich auch nicht. Natürlich spielen wir ja nur selber. Ja, wir warten. Wir sind heute hier im Lumen in Wiesbaden. Mittendrin in Wiesbaden. Marktplatz. Tolles Wetter. Tolle Location hier. Im Hintergrund hört man so ein bisschen auf die Restaurantgeräusche. Aber wir kriegen ja auch ständig hier Gedenken und sowas. Ja. Das ist total schön. Wir haben uns das hier richtig schön ausgesucht. Christian, oder? Ja, ich finde auch das Aufbauteam hat eine gute Arbeit gemacht. Also heute die Show Lumen Deluxe. Ja. Lumen Deluxe ist natürlich hier angelehnt an dieses Haus hier. Warst du vor schon mal im Lumen? Ja, aber schon eben bisher. Irgendwann mal Bier getrunken, glaub ich. Irgendwann mal Bier getrunken. Du musst hier beim Weinfest beispielsweise. Hier an dieser Stelle hab ich bestimmt schon geknutscht. Na gut, dann weiß ich jetzt auch so die Idee entstanden ist. Wie ist er denn mit dem noch getrunken? Vor 20 Jahren, oder? Nein, nein. Jedes Jahr ein Weinfest, wenn ein Weinfest zu Ende ist hier auf dem Marktplatz, dann wird hier im Lumen geknutscht. Und es wird dann relativ wild. Und es gibt was zu trinken beim Knutschen. Bitte? Und es gibt was zu trinken beim Knutschen. Ja, ja, da vorne ist ja die Theke. Ich weiß nicht, sieht man das in der Kamera? Da sieht man, glaub ich, hinten die Theke, ja? Und da kannst du immer, kannst direkt so alles. Ist das richtig? Auch unter der Theke so sein? Nee, natürlich. Okay, natürlich. Du konntest ja nicht immer auch gesagt, also noch trinken wir Kaffee und Wasser, und dann trinken wir euch arm, ja? Ich hab mir erstmal, wir erheben erstmal die Gläser hoch. Ja, ich kann's grad sagen. Gin Tonic. Gin Tonic. Gin Tonic. Hier mit einem. Brütes Heimer Kaffee. Prost. Ja. Aber, ich will das ja von euch erzählen. Ja. Ihr habt jetzt ein neues Album ausgebracht. Ihr seid so geil. Ja, so schaut's aus, also wir bringen am 3. Februar unser neues Album aus. Wir haben jetzt schon zwei Musikvideos veröffentlicht. Zwei Titel, ein ruhiges, ein eher ein bisschen lauteres Lead, genau. Und am 3. Februar spielen wir ein großes Release-Konzert im Nachtleben. Im Nachtleben? In Frankfurt. Wie geil ist das denn? Ja. Wie kamen wir eigentlich zum Nachtleben? Das ist ja eine völlig gute Location, sag mal. Ja, Kontakte, Kontakte, Kontakte. Also richtig geil. Wir haben uns durch unsere überragende Musikale starten. Nein, nein, nein. Lass mir das. Geheins. Wie gesagt, andere gute Bands aus Frankfurt dabei. Verraten wir aber jetzt noch nicht, kommt später. Geheimnis. Und wird hoffentlich viel los sein und dann präsentieren wir mal die neuen Songs. Im Nachtleben. Bist du dabei, Christian? Natürlich bin ich dabei, Sascha. Konstantabler Wache, ne? Einfach aussteigen, direkt wieder einsteigen, quasi. Ach so, ja. Die alte Stelle. Genau. Aus dem Zug. Die Bahn ruht ab und fährt nach Hause. Wir kennen ja von euch die bisherigen EPs. Warum heißt es eigentlich EP? Ich glaube, das ist so... Warte, hier, Wikipedia. Weißt du, komm. EP, sag mal, das heißt... Oh Gott. Equal Player? Ne. Keine Ahnung. Also ich kenne es als LP. Extended. Extended Player. Extended Player. Bedeutet also so ausgedehnt. LP ist, glaube ich, immer nur zwei Songs oder so. Bisschen mehr als ne... Ne, was? LP ist ja Long Player. Extended Player ist, glaube ich, vielleicht auch völlig falsch, aber die EP ist so dazwischen. Zwischen der Single und zwischen dem Album, ne? So fünf, sechs, sieben... EP. Vier Songs drauf. Falls ihr's draußen wisst, was eine EP ist und das ordentlich erklären könnt, könnt ihr das dann hier unten in die Comments. Ja, unten in die Comments schreibt uns. Ich bin mal gespannt. Schreibt uns auch. Ihr könnt's auch selber machen unter nem falschen Namen, das ist absolut in Ordnung. Ich halt's immer mit Elvis, ne? Ich hab keine Ahnung von Musik. In meinem Fach ist das nicht nötig. Ist klar. Wie wird das neue Album heißen? Schön dick aufgetragen. Wie wird das neue Album heißen? A Blast from the Past wird das neue Album heißen. Ihr mögt das ja so mit dem Reinen, ne? Borrow your sorrows. Durchschaut. Durchschaut. Der geübte Künstler. Borrow your sorrow. Sorrow was? Borrow your sorrows. Ja, im Herzen. Entschuldigen Sie. Aber ich hab'n Fehler entdeckt. Guck mal hier, das Weiße. Da ist ja der Titel Handmade bei irgendwas. Ne, der Titel ist quasi The Morning Pines, The Morning Pines. Aber wie sagt ihr denn da den Titel? Die Beschreibung der Band nochmal und so. Handmade. Independent. Hockmusik. Also das war wirklich Handmade. Das war damals im Keller aufgenommen quasi. Da haben wir uns ein Wochenende eingeschlossen und haben dann so selbst aufgenommen. Ungedoktert. Aber jetzt seid ihr so richtig professionell im Studium. Ja, so ne. Tonstudio Rieber. Mit nem netten Olli Rüger. Grüße an den Olli. Ja. Kennst du den? Ne. Natürlich nicht. Nein, das ist ja klar. Ich hab'n ja auch gern Musiker. Ich hab' dann auch Zuwachs bekommen. Ja. Was heißt Zuwachs? Veränderungen halt. Wir haben mal wieder einen Gitarristen gewechselt. Bekannt für uns. Neues Baby mit 43 Jahren. Ja. Ja. Der Michael. Der ist jetzt dabei. Ein alter Hase im Geschäft. Auch so schön Friedberg. Spielt die Solo-Gitarre so gut, dass er eigentlich bei uns schon gar nicht mehr reinpasst. Aber ja. Wir haben einen musikalischen Gewinn. Werte ich jetzt mal so deine Musik auf. Ja. Und der Trommler. Der Trommler ist immerhin auch der Max. Der Max. Der Max. Ja. Der Max ist ja unser... Haus- und Hof-Trommler. Haus- und Hof-Trommler. Und natürlich unser Werbeprofi. Unser T-Shirt-Drucker. Unser... Der kann alles. Gibt's doch irgendwie so eine Serie. Max Headroom. Kennst du das? Max Headroom. Max Headroom. Gab's ganz früher. Ist ja wurscht. Das waren so vor 30 Jahren. Ich kenn das nicht mehr. Ja. Mac Geiler. Ja das kenn ich. Da siehst du erstmal so die Zeit. Max Headroom war ein bisschen früher. Ach Alter auch jetzt. Keine Ahnung von dem ganzen Kram. Und ja. Habt ihr auch neue Videos am Start? Ja genau. Wir haben zwei Musikvideos jetzt am 19.11. veröffentlicht. Da hatten wir im Pub in Niedernhausen. Also für euch auch Heimspiel quasi. Im Pub in Niedernhausen Felix Hoffen. Ja. Ein schönes Konzert. Und da haben wir dann wie zwei Musikvideos veröffentlicht. Und schon mal so eine Single rausgebracht. So als wenn man eigentlich behauptet, wir bringen das Album da schon raus. Aber der Musiker verzögert sich alles. Wir waren nicht ganz zufrieden. Und wir wollen ja was Gutes machen. Dann haben wir also erstmal so eine Single rausgehauen. Und dazu dann zwei Musikvideos. Die hier natürlich auch noch zu sehen. Damit man wenigstens schon mal weiß, was einem auf dem Album da war. Ja. Weil hier in dieser Sendung werden wir ganz am Ende, werden wir diese Musikvideos, oder wenigstens eins. Ja, zwei. Wir werden diese Musikvideos nochmal einblenden und nochmal zeigen. Irgendwie wenigstens ein Ausschnitt. Ja. Oder wollen wir jetzt schon den ersten Ausschnitt bringen. Willst du spielen? Also ich kann jetzt natürlich mal frei von der Hand mal so ein bisschen. Komm, hol dir. Okay, wir quatschen ein bisschen weiter. Genau. Genau. Ja, genau. Wie hatten wir das eigentlich mit dem Monty Feinz? Bist du eigentlich Gründungsbeglied? Ich bin Gründungsbeglied. Echt? Von Minute eins. Von Minute eins? Wie hat das denn angefangen mit dem Monty Feinz? Bei mir im Keller. Sozusagen. Der Konzi war mein Nachbar. Oder ist er jetzt nicht mehr, leider. Der wohnt jetzt am schönen Höchsten in Frankfurt. Und wir haben ein bisschen rumgespielt. Akustik, Gitarre und Bass. Und dann haben wir gesagt, jetzt wird's mal wieder Zeit, was musikalisches auf die Beine zu stellen. Und dann haben wir... Das war Anfang 2014. Okay. Ach, du sollst ja gerade machen. Frische junge Band. Dafür seid ihr schon recht erfolgreich. Ja. Ging ganz gut voran. Dann kam da noch relativ zügig. Der Max mit in die Runde. Und den Rolf kannte ich noch von früher. Und dann haben wir sozusagen losgelegt. Weil geht das Ruck in Focke. Also seit zwei Jahren... Ah, guck mal, da ist er konstant. Aber erzähl mal, das ist ein weiterer Tobi. Ich hab ja gestern... Ich hab ja gestern den ultimativen Morning Pine Test gemacht. Okay. Ich hatte gestern Gäste. Ich hab gestern irgendwie eine Runde und so bei mir zu Hause und alles. Alles so ein paar Kollegen und Freunde. Und dann hab ich einfach mal so per Spotify, so auf meinem Handy, zacki zacki, hab ich dann mal ein Morning Pine Lied. Ja. Das ist Frankfurt, ne? Ja. Und ich hab ihn einfach mal laufen lassen. Und der eine so... Na cool, was ist denn das? Ich so, ja, kennst du das? Und er so, warte mal, ist das Secure oder so? Und er so, ne, ne, Secure ist das nicht. Ah, was ist das denn? Ich kenn das doch! Ich kenn das doch bestimmt. Warte mal, wie ist denn das? Und dann hat sich das so eine Runde gemacht in dem ganzen Raum, ne? Und er so, ja, was ist denn das? Was ist denn das? Das sind die Morning Pines. Hä? Was ist denn das? Morning Bear? Ja, wie kann ich das denn? Ich hab voll die geile Musik. Und dann hab ich Frankfurt gespielt. Ich so, komm aus Frankfurt! Ah, mein! So, ey, wie geil ist das denn? Ist ja voll, ne? Die waren echt alle begeistert. Wir haben sich gesagt, Morning Pine Test bestanden. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt bist du schon mal ein bisschen euphorischer, wenn du jetzt spielst. Oh, ja, stimmt. Es ist eh immer spaßig gewesen nach Konzert mit den unterschiedlichen Bands verglichen. Also von Kraftklub über Cure. Das hat er, das hat er gesagt. Kraftklub. Cure, Kraftklub und sowas. Was haben wir beide noch gehört? Wir werden alles loben. Ich lobe dich nicht selber. Leider, ich sag vor der Musikrichtung. Nicht auf das falsche Wort. Ja, ja, ja. Das wurde auch genannt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, oh ja, oh ja. Also wir haben einen Song mitgebracht, der heißt Last Chance und der geht so. Oh ja. Oh ja. Aber vielleicht stimm ich vorne. Ja, die Stimmung ist immer ganz gut. Ja, ich werde so lange mal ein bisschen trinken. Ja, mal ein Bier trinken. Prost hier, ein bisschen Tonic. Prost. Hört schon mal gut an. Das war dann auch der Song, ja. Na, Konstantin? Bist du ein Profi, oder? Jetzt wenn er da will, oh, er schwitzt schon. Ja. Ah ne. Die rote Gesichtsharbe kommt auch. Ja. So langsam kommt auch die... Ja, so ist die Linie. Wie gesagt, wir sind absolute Profis. Absolut. Das war's. Das war's. Okay. Gonna win. Okay. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich habe gesagt, es war nichts, aber die Wahrheit. Ich habe nichts, was das alles passiert, in der Vergangenheit 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 in der Vergangenheit. Ich habe nichts, was das alles passiert, in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Ich habe nichts, was das alles passiert, in der Vergangenheit in der Vergangenheit in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Ich habe nichts, was das alles passiert, in der Vergangenheit in der Vergangenheit in der Vergangenheit in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Ich habe nichts, was das alles passiert, in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Ich habe nichts, was das alles passiert, in der Vergangenheit in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Ich habe nichts, was das alles passiert, in der Vergangenheit in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Und das war es, was das alles passiert, in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.